hallo hallo meine lieben freunde und herzlich willkommen zu einem neuen video ich bin heute zusammen mit alter 2009 hallo leute ich gehe jetzt mal die karte schweepen weil ich nicht der imposter bin genau das glaubt mir auch jeder erst mal den gab es entgegen genau geht jetzt noch 3 jetzt wo die repotenten zwar nicht im starrt ich bin elektrisch die ich bist du es er ist er oben im elektrisch gilt die jahre ich habe verbunden und wollte dann runtergehen zur reaktor mit dem benzin was ich eben Sturge aufgefüllt hatte. Also ich finde es nicht. Ich war ein Admin. Okay. Trust me. Ja, ich vertraue dir irgendwie, aber auch mir wieder nicht. Also einer schreibt, It was yellow cam. Soll ich ihn falten? Ich weiß es nicht. Ich wollte nur fein. Ja, ich auch. Jetzt muss der noch selber furten. Nee. Aber man, ich hasse das, wenn die dann nie selber furten, dann wird die dann rausgekickt werden. Ich hasse das. Ja, ich mag das auch nicht. Es sind halt schon drei tot. Autsch. Ah, geht doch. Hä? Die meisten haben sogar gar nicht. Jemand hat für dich gewotet. Was? Und? Ja. Ein Impasta ist noch übrig. Ja. Bleib weg von mir. Ich würde ja auch gar nicht zu dir. Ich muss gerade hinlaufen. Ich muss gerade hinlaufen. Ich habe gerade eine Task gemacht. Die lassen sich aber gut sein, so. Sei froh. Warum soll ich froh sein, wenn ich dann sterbe? Sei froh, dass ich den Reaktor repariert habe. Ach so, ich war ja auch dabei. Äh, die Türen sind gerade zugegangen. Äh, nicht schlimm. Ich wollte gerade sagen, hey, wie komme ich, wieso komme ich hier nicht weiter? Okay, jetzt sind sie wieder auf. Voll komisch. Hm, war bestimmt ein Impostor. Hm, der kann doch die Hunde schließen. Komisch. Oh nein. Warte, ich bin gerade so im Electric. Ich mache hier das. So, leid es mal wieder an. Kennst du diese Security Camper? Ja, die kenne ich. Warte ich nicht. Die immer so in der Security gucken. Ist eigentlich schon eine ganz schlaue Idee. Ja, aber nee. Aber es doof ist nur dann, weil das viele Leute machen, werden die da oft weggeschnetzelt. Ja, das stimmt. Jo, wie viel sind denn tot? Der hat wohl... Also, irgendwie komme ich vom Gefühl nicht los, dass du bist. Wieso? Ich weiß es nicht. Ich habe dich noch nicht gesehen. Und es sind so viele tot. Das kann natürlich auch Kit sein. Wenn ich den... Ich hätte doch nicht den Reaktor repariert, wenn ich ihn sabotiert hätte. Ja, das stimmt auch wieder. Ich hätte da ihn dann ja auch nicht vergehen. Ja, aber dann, weil genau diese Situation ist, dass ich dir wieder vertraue. Verstehst du? Ich glaube, Kit ist es. Ich wurde für Kit. Hm. Vor allem, wenn man jetzt falsch wortet, ist halt das... Scheiße, ich war Mörder. Ich weiß. Ich weiß. Woher weißt du das? Ich weiß das halt. Ach, verdammt. So was weiß man. Das ist die Gedankenkontrolle. Schade. Schade, Frau. Ich war einfach der Einzige, der noch lebt. Ja. Also mit dem Grün noch. Mit Kit. Sonic. Riii. Mann, ich will eine andere Farbe haben. So. Du musst erraten, was ich bin, okay? Warte. Ich bin noch nicht fertig. Mann, wo ist das? Ein Rabe? Kapitän. Warte. Was bin ich? Offizier, Kapitän, keine Ahnung. Falsch. Polizist. Ich bin ein Pilot, bin ich. Pilot. Pilot hat auch keine Badekappe. Das ist doch keine Badekappe. Ja, ich weiß, aber ein Pilot hat auch sowas nicht auf. Doch. Nein. Och. Nein. Ich meine, solche Typen, die da stehen immer. Ja, die da hier in Entendung brauchen. Hilfe. Sturfe ist bei den Tasten. Sieht man nie was. Also, da habe ich immer so Angst, dass ich dann weggeschnitzelte. Redder. Ja. It's light green, okay. Das heißt, weee. Weee. Okay, dann ist es grün. Okay, ich freu da auf ihn. Was weiß ich, ist er jetzt so selber und hat es uns komplett verarscht, aber egal. Dann haben wir trotzdem nicht verloren. Oh, ich hasse solche Leute. Oh, ich hasse solche Leute. Oh, ich hasse... Ich mag es nicht... Was mein Chat wollte spammen. Steht bei dir auch, to remaining? Wo? Wenn man gewartet hat und das der letzte war, steht dann da auch two remaining. Ja. Okay, irgendein Bug. Was? Oh, er war nicht, okay. Das ist 100 pro der, der das gesagt hat. Hä? Achso, das ist wahrscheinlich schon ein Body, der noch nicht gefunden wurde. Aber wahrscheinlich lag das immer mit dem Merch an den Tisch. Loll. Loll. Hm. Ich weiß es nicht. Ich glaub, dass es schwarz ist. Ich bin mir aber auch nicht sicher, weil... Ich auch nicht. Hm. Ich glaub, ich skippe. Das ist halt auffällig. Ja. Hm. Ich weiß es nicht. Ich sag schwarz ist es. Auf gut Glück. Ich auch. Hoffen was. Black with the air bars. Oh. Oh, come on. Wieso? Wieso? Das sollte ich mich eigentlich jetzt fragen. Ich hab halt noch niemanden getwetet. Mach play gern. Hab ich. Es ist halt so lächerlich, zweimal hintereinander Mörder zu werden. Aber ist auch irgendwie cool, weil dann vertrauen die Leute einem. Ja. Ui, ich mach eine Acht. Ich auch. Ui. Ui. Ben macht eine Acht mit Schnörkel. Okay, jetzt musst du erraten, was ich jetzt bin. Polizist. Falsch. Arzt. Falsch. Ich bin Pöppel-Guy. Pöppel-Guy ist aber nur Pöppel. Der ist aber ein Security-Gall. Ja, nee. Das ist ja nochmal Security-Gall. Im Pöppel-Guy ist Pöppel-Gall. Ja, aber im Pöppel-Guy ist auch Security. Ja, nee. Doch, aber egal. Ach, Manu. Es ist halt so lächerlich. Ja, wahrscheinlich... Du bist wieder am Pastor. Okay, ich verurte dich. Ich liebe diese Aufgabe, mit diesen Asteroiden wegballern. Ja, ich mag die auch. Vielleicht bin ich schon so gut. Ich verfehle immer einen einzigen oder so. Ich verfehle meistens gar keinen. Ah, ich kann im O2 was machen. Achso, das ist Müll entleeren. Wir kommen eigentlich ins Weltall-Blätter. Frag mich auch nicht. Oder haben die hier einen Garten? Ja, vielleicht. Irgendwo. Also auf der zweiten, dritten Map haben die auf jeden Fall einen Garten. Aber hier? Ja, wer weiß. Äh, Leiche und Security. Das war's mit den Security-Campern. Die würden sich mit den Security-Campern geschrieben. Ich bin doof. S-E-Q-N-E-L-T. S-E-C-U-R-T-Y. Warte mal kurz, ich bemüht mich kurz. Ich glaub... Nee. See... Okay, ich hab's auf Brugel gefunden. Lull. Hä, wie wird's geschrieben? See... Kur... E-T. E-T. E-T... E-T. Ah, so. Security. Fast! Hätt' ich's richtig geschrieben. Riii... er wird nur mit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ist geschrieben hey come with me lmt is a trash ich gehe mit ich gehe mit ihm wenn er ist wenn ich da tot bin weiß du dass wer es ist ja ich sag es gibt ich sag Riii 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 einer für Riii gefunden schwarz weil du gesagt hast Riii no one was ejected escape it so du kannst hier nicht machen was gehst du mit Bob Bob hat die Tars gefakt Bob hat die Tars gefakt ich gehe mit ihm ich gehe mit ihm ich gehe mit ihm okay du gehst mit ihm wenn ich tot bin dann weißt du wer es ist aber er hat auf jeden Fall schon mal eine Tars gefakt hast du es gesehen woher weißt du das einmal weil das Müll entleeren ist ja unten am Bildschirm immer dann so ein Dings ja aber das ist äh wo hat der in Storage gefakt weil in O2 ist das nicht sehr genau im Storage ähm ich muss äh ich bin gleich wieder da ich bin gleich voll oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott ähh is this is this things is this re ey Black hatte Recht Entschuldigung! Tschüss, Rhi. Ich hab's gewusst. Aber vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.